Öffnen. Doch du musst ihn ausrüsten, wenn du ihn verwenden willst. Klicke auf Nützliches. Und dann auf den Trank. Von Konsumgüter. Achso. Ziehen wir ihn da hin. Drücke R, um den Trank auf den ersten Platz zu aktivieren. Oder F, um den Trank auf den zweiten Platz zu aktivieren. Jawohl. R oder F. Kenners. Da lassen. Gut. Dann wieder raus. So. Ich würde aber sagen, den Kampf gegen den Greifen werden wir im nächsten Teil machen. Oh, der ist schon gut zwei Stunden wieder dran. Aber heute mache ich nicht ganz so lange. Ich kann heute nicht so lange. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Wünsche euch eine gute Nacht. Ich hoffe, auch wenn das viel Story ist, äh, wo ich selber nicht viel reden kann, dass es euch Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Quistel, wir müssen mal gucken, nächste Horror Night, ne? Ich habe wieder Spiele. Und deines habe ich immer noch zum Spielen. Na? Gut. Dann gute Nacht euch. Dann gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020